Ja, heute haben wir ein richtig, richtig tolles, spannendes Thema und zwar stelle ich mal die These auf, wer nicht qualifiziert, der stirbt mit einem Fragezeichen dahinter. Nicht mit einem Ausrufezeichen, aber mit einem Fragezeichen und dazu habe ich heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar den Richard Hoffmann. Und zwar Richard, du bist Geschäftsführer der Add-on-Gruppe, bist seit 25 Jahren aus dem Business, aus der Zeitarbeit, also jemand von der Basis, der weiß, wovon er spricht. Und Experte für HR und Qualifizierung. Und da soll es halt heute drum gehen. Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle. Es ist kein Vorankommen. Dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig und du würdest gerne eine neue Position begleiten, aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten. Dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de Früher habe ich selbst auch meine Mitarbeiter qualifiziert. Irgendwann ist das eingeschlafen, weil gewisse Dinge nicht funktioniert haben oder wir falsch rangegangen sind oder es zu teuer war. Und ich glaube, der eine oder andere Hörer beschäftigt sich auch damit oder hat sich damit beschäftigt. Und bei euch ist das Thema noch sehr, sehr akut, weil ihr macht kontinuierlich derzeit Weiterqualifizierung und habt das auch als Geschäftsmodell für euch herauskristallisiert. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Richard in meinem Podcast. Hallo Daniel, servus. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, und ich habe mir überlegt, diese ganzen Vorurteile, die einem immer so entgegengebracht werden, warum man seine eigenen Mitarbeiter, und da meine ich nicht nur die externen, sondern auch die internen, nicht qualifiziert, die habe ich mal so zusammengetragen und lass uns einfach mal in den Austausch gehen, was du davon entkräften kannst und wie du da vorgehst. Und ja, dass du auch, weil am Ende der Podcast-Folge soll das Ziel sein, dass die Hörer und Hörerinnen und die Zuschauer jetzt bei YouTube auch erkennen, dass Weiterqualifizierung nach wie vor funktioniert, dass es auch Geld gibt, dass es funktioniert und dass es auch einen Experten an deiner Seite geben kann, und zwar den Richard mit seinem Team, der euch dabei unterstützen kann, diese Qualifizierung durchzuführen und die Tipps und sein Wissen mit euch teilen möchte. Und dann fangen wir mal mit dem Thema an, Richard. Ich glaube, was am Anfang immer so kommt, ja Daniel, wir finden jetzt schon keine Kandidaten, ist schon schwierig, Mitarbeiter für die Kunden zu finden, und jetzt soll ich noch jemanden finden, den ich auch qualifizieren kann, wo soll ich die denn herkriegen, wo soll es die denn geben? Es gibt sogar keine, die motiviert sind, sich weiter zu qualifizieren. Ja, das sind die typischen Themen, die uns auch entgegengeschlagen sind und wo wir auch selber ein bisschen naiv herangegangen sind. Also wir machen seit, wie gesagt, 25 Jahren mache ich jetzt Personaldienstleistung im qualifizierten Bereich. Und ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, also vor ein paar Jahren aufgrund schon der immer spitzeren Situation, du kriegst keine, du bist nicht mehr Fachkräfte, sondern du kriegst da nahezu fast gar keine Person mehr, außer du streckst dich und reckst dich, da musst du irgendwas tun und sind ein bisschen blauäugig mit rangegangen, haben gesagt, okay, dann qualifizieren wir eben, wir gründen Enträge, das war eben unser Weg. Und dann wird uns hier die Bude eingelaufen, weil wir machen ja jetzt dann auch noch was durchaus sozial Ansprechendes. Das hat bestimmt von allen gesehen und alle freuen sich drüber und tschakka. War nicht ganz so, hat sich nicht ganz so entwickelt. Wir haben festgestellt, du musst letztendlich die Kandidaten, die du erst einmal qualifizierst, für die Qualisierung gewinnen willst, die musst du auch genauso erstmal einsammeln und informieren. Und es ist genauso anstrengend, das ist vollkommen richtig, aber es ist ja bloß ein neuer Prozess. Und spannend ist vielleicht, dass wir am Anfang einen großen Fehler gemacht haben, den wir dann zum Glück auch erkannt haben vor wenigen Jahren, dass wir grundsätzlich das Thema AÜ hatten, wollten qualifizieren, wir wollten eigene Mitarbeiter ausbilden für unsere Kunden, für unseren Markt und haben parallel dieses Bildungsthema angegangen, eben den Träger. Wir hatten dann zwei Welten. Das eine war die klassische Arbeitnehmerlastung, die Personaldienstleistung, die Vermittlung und hatten eine andere Welt, das war die Qualifizierungswelt. Und das war für uns nicht so richtig gut, weil wir hatten tatsächlich zweierlei verschiedene Arten des Arbeitens. Der Personaldienstleister ist in der Regel sehr wirtschaftlich orientiert und gewinnorientiert und Kunden-Customer-Service orientiert. Und der Bildungsdienstleister, der ist sehr stark sozial fokussiert, der bildet aus, der übernimmt ganz alle Verantwortlichkeiten, der ist viel näher einem Teilnehmer dran, wie jetzt der Personaldienstleister, der ist ein Disponent an seine Mitarbeiter. Und da gab es tatsächlich auch Irritationen, es hat nicht wirklich synchron ineinander gegriffen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist Schluss aus, wir müssen das besser machen, haben tatsächlich auch dann beide Betriebe, sind zwei GmbHs, zusammengelegt, auch räumlich und haben unsere kompletten Personaldienstleistungskaufleute entsprechend darauf eingearbeitet, dass sie grundsätzlich sagen, wir sind letztendlich jetzt auch im Bereich der Koalitionbildung unterwegs und begreifen auch mehr die Arbeit, die in der Bildung stattfindet. Andersrum genauso, die Kollegen, die aus dem Bereich Bildung sind, aus dem Bereich Qualifizierung sind, die eigentlich immer den Abschluss im Fokus haben, den haben wir letztendlich dann näher an den Markt mit rangeführt, an unseren Arbeitsmarkt und gesagt, was du da machst, ist nicht bloß eine Ausbildung eines Kandidaten, eines Teilnehmers für einen Abschluss, sondern der ist für uns. Also wir müssen den dann einstellen und das ist mittlerweile ein sehr guter Flow. Also ich fühle jetzt da vielleicht ein bisschen weit mit aus, aber ich glaube, das gehört dazu. Grundsätzlich braucht es keinen Bildungsträger selber initiieren. Das kostet viel Geld, ganz klar. Gut investiertes Geld, wenn man es hat, aber nicht jeder möchte es halt oder kann es halt. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, entscheidender Punkt, damit es zum Schluss richtig funktioniert und Spaß macht, ist aus meiner Sicht heraus, dass man jetzt sagt, Bildungsträger und Ausbildung ist das eine und Personaldienstleistung ist das andere, sondern dass man versucht, so viel Überlappungen wie möglich ineinander zu stecken, sodass letztendlich dann ein guter Workflow zusammenkommt. Und das ist momentan der Weg, wo wir auch echt ganz gut, erfolgreich unterwegs sind. Es ist ja auch ein Riesen-Asset, auch in seinen Stellenbeschreibungen reinzuschreiben. Und ich glaube, der ein oder andere Dienstleister schreibt zwar einfach rein und macht es nicht. Also glaube ich schon, dass man auch damit ein bisschen wirbt und sagt, okay, wir machen auch Fortbildung. Und da ist mal ein Staplerschein gemeint oder irgendwie ein Kranschein oder irgendwie sowas in der Richtung, halt was Kleines. Aber da fängt es ja schon an. Aber es kann ja ein Riesen-Asset sein, ein Mehrwert, dass du wirklich auch durch eine ganz andere Türe, kommst. Nicht nur, dass du einen Job anbietest, sondern auch eine Weiterqualifizierung machst und das auch wirklich mit Leben füllst und auch sagen kannst, okay, lieber Bewerber, du kannst A-, B- oder C-Qualifizierung machen, je nachdem, was auf dich zutrifft. Und das ist natürlich dann nochmal wirklich ein Mehrwert, wo der ein oder andere Bewerber sagt, okay, dann fange ich eher bei dieser Firma an, als das sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Und damit halt auch zu werben und man tut ja auch was Gutes, zu qualifizieren, gibt ja auch ein gutes Gefühl. Also generell, ich habe bei der Zeitarbeit immer ein gutes Gefühl gehabt. Aber wenn ich dann noch zusätzlich weiterqualifizieren konnte und Leuten noch eine Perspektive gegeben habe, die vielleicht schon gewisse Kenntnisse hatten, aber das noch nicht auf dem Papier hatten, also gerade in der Pflege so ein Betreuungsschein, den man da machen kann oder dass man LG1, LG2-Leistungen machen konnte, da konnte ich dann ja auch mehr faktorieren und so hatte ich dann auch mehr Umsatz und konnte auch die Stellen besetzen, die ich vorher gar nicht dran zu denken war, die zu besetzen. Das ist ja wirklich ein Riesenmehrwert und Vorteil, den man auch nach außen tragen kann. Also du hast vollkommen recht. Erfahrung haben wir auch gemacht. Du warst ganz anders wahrgenommen. Du hast auf einmal ganz andere Gesprächsthemen. Also du kommst dir auf einmal vor, als wenn du einen Turbo irgendwie zünden würdest im Motor. Hast eine lahme Pfeile oder vielleicht auch eine, die gut ist, aber du sagst auf einmal, wow, jetzt geht es richtig ab. Du führst ganz andere Gespräche auch mit Kunden, die du jahrelang mit hattest. Du hast einen ganz anderen Bezug zu Stakeholdern, die dich vielleicht bislang einfach nur als guten Personaldienstleister oder Vermittler mit wahrgenommen haben. Aber das Problem war ja immer die Frage, habt ihr, habt ihr, habt ihr Personal? Und man muss sagen, ja oder nein. Dann ist immer die Frage, was macht ihr dagegen, gegen nein, weil wir haben auch alle mitbekommen, es wird immer weniger. Was tun die eigentlich dafür, dass ihr uns zukünftig eigentlich beliefern könnt? Wir haben vielleicht einen Rahmenvertrag mit euch oder wir haben eine langjährige Zusammenarbeit. Was tut denn ihr? Was kannst du denn da sagen? Man erhöht im Prinzip den Output an Stellenausschreibungen oder man macht jede Messe mit oder macht jeden Quatsch mit, den es momentan mitgibt. Motivationsseminare und, und, und. Und tanzt dann im Ring der Reige oder wie. Das ist ja alles nicht zielführend. Und wenn du dir aber dann Anstrengungen kommunizieren kannst, die vielleicht auch noch gar nicht zu dem hundertprozentigen Ergebnis führen, aber du kannst sagen, wir tun was, wir qualifizieren mit, wir versuchen Potenziale zu heben, die es auf dem Markt mitgibt. Wir kümmern uns um das Thema, jemand hat einen Abschluss, der ist vielleicht gar nicht mehr gefragt, aber wir kümmern uns als Personaldienstleister und Zeitarbeiter darum, dass der eine Aufwertung bekommt. Wir sprechen Personen an, die eine Ausbildung verpasst haben oder du sprichst über das Thema Integration, Immigration von Personen, die man entsprechend qualifiziert oder bei Qualifizierung unterstützt, dann hast du eine ganz andere Performancefläche wie davor. Vorher bist du Personaldienstleister, wirst dran gemessen, ob du den guten Qualifikationsrichtigen Zeitpunkt liefern kannst. Und jetzt bist du auf einmal jemand, der an ganz entscheidenden Rädern mitreht und das Thema Fachkräftekrise, das ist ja momentan eines der Hauptthemen. Man zeigt halt als Betrieb, dass man da nicht bloß zuschaut, sondern dass man aktiv mit dabei ist und also persönlich macht das, ist es so, als wenn du tatsächlich einmal Stereo hörst. Das ist eine ganz andere Sache, das macht richtig, richtig Spaß und logischerweise nicht bloß Spaß, sondern du sicherst im Prinzip auch der Existenz mit ab. Also wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, die überall verlautbart werden, die auch stimmen, dass man sagt, Zuwanderung reicht nicht, viel zu wenig Leute in Ausbildungsplätze, reicht nicht, Problem in der Pflege, Problem hier, Problem in der IT, also überall Probleme, da muss man irgendwas tun. Und der einzige Weg, den ich da momentan mit sehe, ist Qualifizieren von allem, was ich qualifizieren lassen möchte. Und zum Glück gibt es da entsprechend aufgrund des medialen Drucks und des tatsächlichen Drucks zum Glück auch Unterstützung. Also das heißt, du musst nicht alles nur alleine selber bezahlen, sondern es ist auch tatsächlich Förderwelt mit vorhanden, die man nutzen kann, die auch die Personaldienstleistung nutzen kann. Und das kann es bloß jedem empfehlen. Und das ist halt auch ein Punkt hier, da haben wir kein Geld für, das ist sehr kostspielig, Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Und da kann ich vielleicht auch mal von meiner eigenen Erfahrung halt berichten. Wir haben ja damals dann in Behandlungspflege, Pflegekräfte haben so einen ganzen Kurs zusammen bekommen mit 20 Mitarbeitern, die waren alle bei uns beschäftigt. Die haben wir sechs Wochen, acht Wochen weiter qualifiziert, haben denen das Gehalt weiter bezahlt, haben die Fortbildung bezahlt, haben dann einen Bildungsgutschein bekommen bei 500 Euro. Da haben wir so die Hälfte der Kursgebühr bezahlt und dann hatten wir am Ende dann 20 Mitarbeiter, die qualifiziert waren und die mussten dann ein Praktikum machen und dann durften die Behandlungspflege machen. In Nordrhein-Westfalen ist ja von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, nach LG1, LG2. Richtig, ja. Da war das große Thema einmal das Geld, weil ich die zwei Monate voll bezahlt habe. Die waren bei mir beschäftigt, haben dann einen Cut gemacht, war nicht verfügbar für die Einsätze, haben mich also zwei Monate Geld gekostet plus die Fortbildung. Ich konnte keinen Umsatz dagegen stellen und da haben wir eine Menge Geld ausgegeben, hatten danach aber 20 Mitarbeiter, die qualifiziert waren. Bloß auch da war so ein bisschen auch das Thema, ich habe nicht direkt ad hoc für alle 20 einen Auftrag gehabt. Ja, also nach und nach irgendwie so, das kriegt man ja auch nicht hin, wir hatten viele Aufträge gehabt. Aber jetzt alle ad hoc, alle 20 in den Einsatz zu bekommen, hat dann schon ein paar Wochen gedauert. Und diese Zeit war natürlich dann auch sogenannte Garantiezeit. Wie entgegnest du mir denn, was habe ich damals falsch gemacht? Was hätte ich jetzt oder was hätte ich mit deinen Erfahrungen jetzt besser machen können? Wann war das? Oh, das ist schon jetzt acht, neun Jahre her? Zehn Jahre her? Ja, da würde ich sagen, ein Fehler, den jetzt vielleicht nicht du gemacht hast, aber das System, in dem du gearbeitet hast, war nicht durchgehalten, nicht durchgezogen. Weil grundsätzlich, wenn du dir die heute überlegst, dass die Personaldienstleistung nicht mehr als Lückenfüller für Auftragsspitzen genommen wird. Und dass die Personaldienstleistung mittlerweile von der Entgeltbezahlung her absolut okay ist, ne? Und in der Regel bei Fachkräften gibt es keinen großen Unterschied mehr oder gar keinen Unterschied mehr. Dann kann man da sehr gut dagegen rechnen, was man Aufwendungen hat, überhaupt Personal zu bekommen. Also da sind wir wieder bei den klassischen, du schießt Geld in irgendwelche Medien rein, die dir versprechen, da bekommst du Mitarbeiter. Dann wird ein Apparat unterhalten, der bei uns in der Personaldienstleistung ja oftmals auch nicht richtig modern mit ist, ne? Niederlassungsnetz und, und, und. Und du kannst noch mehr Rekruter einstellen, wie du willst. Wenn der Markt einfach immer kleiner wird, dann nutzen mehrere Jäger auch nichts, wenn halt einfach das Mammutbestand geringer wird. Also das heißt, streichen, sparen oder kritisch hinterfragen, was braucht es denn wirklich? Und bei der Qualifizierung, da weißt du definitiv, was du hast. Das kostet zwar was, ne? Und es kann durchaus sein, dass du auch mal Mitarbeiter finanzieren musst, oh, welch Wunder. Also, wie kommt man auf die Idee zu sagen, man bietet jemanden aus und das kostet mir nichts. Also, was sind wir denn da? Dafür kannst du es im Nachgang aber auch verrechnen. Es gibt aber auch Konstellationen, wo Unternehmen sagen, wir zahlen da mit. Hauptsache, sie bekommen was. Als letztendlich Geld ins Leere zu schießen, in der Hoffnung, pay and pray, da wird schon irgendwas passieren. Dass irgendwo Kosten entstehen, ne? Das ist ja klar. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Und da kann ich dir aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir haben das Thema der Scheinleistungen im Recruiting extremst reduziert. Und du weißt ja, wir sind im Betrieb mit ungefähr 400 Mitarbeitern, mittelgroße GmbH. Also, das sind schon ordentliche Beträge. Und das wird rausgepulvert. Also, wir machen das nicht oder nicht mehr. Also, was nutzt mir das, wenn jeder meinen Namen kennt von der Firma und wir sagen, kommt zu uns, kommt zu uns, aber keiner kommt. Wir müssen selber schürfen und meinten und das kostet Geld. Du sparst dir aber unter anderem auch im Bereich des Vertriebs, der Akquisition und so weiter. Ein ganz anderes Thema. Also, dass wir jetzt beide darüber sprechen, dass dafür bekommst weder du noch ich ein Geld sind. Wir unterhalten uns, weil wir beide das Thema spannend finden. Und ich hoffe, das hören vielleicht auch ein paar Leute, die sagen, okay, cool, finden wir vielleicht ganz nett. Wir rufen Daniel oder Richard mal bei der Add-on mit an und sprechen drüber. Und ich habe schon keine Aufwände, letztendlich diese Message irgendwo marketingmäßig zu vertreiben. Also, du musst dann mal den gesamten Betrieb dann mit durchblicken und nicht bloß immer sagen, was kostet das? Und das ist eine paradoxe Aussage, finde ich, wenn der Personaldienstleister sagt, er hat kein Personal. Und er hat auf der anderen Seite aber auch keine Lust auf Investment in Personalentwicklung. Also, wo sind wir denn da? Das funktioniert irgendwie aus meiner Sicht heraus nicht. Und die Qualifizierung und die Bildung ist was, wo du ja auch die höchste Sicherheit hast, dass du den Mitarbeiter zum Schluss auch bekommst, weil der ist schon da. Du investierst in was, was da ist. Und das finde ich persönlich für wesentlich überzeugender und glaubhafter. Ja, ich habe in der Zeit, wo wir diese Veranstaltung, also diese Fortbildung gemacht haben, hatte ich erstmal eine gute Idee. Ich fand das cool. Aber musste dann auch meinen damaligen Geschäftsführer dann auch antanzen, als dann die Monatsergebnisse waren. Ich habe das dann auch zu so einer Zeit gemacht, so Januar, Februar war die Auftragslage ein bisschen schlechter. Da waren ein paar mehr Mitarbeiter frei in der Pflege. Und dann hatte ich dann auch, ich musste auch kämpfen, dass ich diese, ich glaube 18 oder so waren es, dass ich die auch gefunden habe. Das hat aber dann geklappt, die zu qualifizieren. Und wir haben auch, ich glaube, jetzt sind immer noch Mitarbeiter beschäftigt, die die Fortbildung gemacht haben. Aber es war einmal ein Investment. Bloß, wenn du immer eine monatliche Betrachtung der BWA hast und dann auf einmal hast du, wir haben dann, glaube ich, Monate gehabt, da habe ich 50.000 im Monat Minus gemacht. Und da haben wir natürlich dann hohe Personalkosten gehabt, weil wir keine Idee hatten, wie das sonst noch gefördert werden könnte. Oder sagen, okay, das ist eine Investition, die wir jetzt tätigen. Und dann haben wir nachher den Investor, der wieder zurückkommt durch die Arbeitnehmerüberlassung, die dann stattfindet, dass wir das dann refinanzieren können, dass man auch einen Gegenwert da hat. Jetzt heute würde ich das wahrscheinlich auch durchhalten, würde sagen, okay, das war jetzt eine Investition, haben wir jetzt 50.000, 80.000 Euro investiert in so eine Qualifikation, haben jetzt aber 20 Mitarbeiter und jeder weiß, 20 Mitarbeiter in der Pflege, die können auch schon nach ein paar Monaten wieder richtig Spaß machen. Ja, aber das ist eben diese Oldschool-Retro-Denke. Wir sind ein Business, wo du alles auf dem Stundenverrechnungssatz komprimieren möchtest. Man geht her und sagt, okay, was kostet die Stunde Arbeitskraft plus Klattradatsch drumrum, jawohl, so und so viel Umsatz, alles klar, wunderbar, am Monatsende habe ich so und so viele produktive Stunden veräußert und so weiter und so weiter. Und das hatte auch jahrzehntelang funktioniert. Aber die Personaldienstleistung, da wird es auch ganz gut mit stehen, einmal zu sagen, wir machen einmal langfristige Planung und das Thema Qualifizierung und Kosten, das kann man in einer BWA, wie es du es für ihn beschrieben hast, entweder bravorös negativ mit darstellen oder du streckst es halt entsprechend. Das ist ja kaufmische Betrachtung des Jahres am Ende des Geschäftsjahres vorbei, ein Fußballspiel nach 90 Minuten und alles hat Ende, bloß die Woche statt zwei. Also ich schaue mal in die BWA mit rein und die Jahresabschlüsse und sage, wo sind da eigentlich Finanzen eingeflossen, die großartige Kosten verursachen, aber nichts bringen. Bloß weil jemand sagt, war schon immer so und wir müssen unbedingt hier Stellen anzeigen und im Digitalbereich, das muss sein und sonst kriegen wir doch keine Leute, keine Leute, keine Leute. Rechnen das mal alles zusammen, ja war das Ende, verteilt es im Prinzip auf das Thema Qualifizierung und da bin ich mir sicher, wenn man das nicht braucht, auch logischerweise, das will nichts gegen die Ausschreibung und so weiter, das muss auch sein. Aber wenn du da ganz einfach geschickt umgehst und investierst ganz einfach mal einen gewissen Block und sagst, das mache ich jetzt, dann bist du gut, gut dabei. Und das Teuerste, glaube ich, was du fabrizieren kannst, ist, wenn du dem Kunden auf Dauer sagst, ich kriege keine Mitarbeiter her. Das ist das Allerteuerste und das Allernegativste, weil dann kannst du irgendwann tatsächlich, passend zu deinem Titel, wer nicht qualifiziert, der stirbt, kein Fragezeichen hinter machen, sondern irgendwann ein Ausrufezeichen. Und es ist tatsächlich, also auch hier im Nürnberger Umfeld, es gibt immer mehr Betriebe, die es über jahrelang mit gab. Inhaber geführte, fleißige Leute mit dabei, mit guten Kundenstamm, die ihre Mitarbeiter tatsächlich auch super gut, aber die werden immer weniger. Also da gehen manche Unternehmen bedauerlicherweise wirklich in die Knie, teilweise auch insolvent, die über Jahre am Markt mitgespielt haben, weil es keine Leute mehr mitbekommen. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man dann sagt, du hast jetzt mal einen Betrieb mit 30, 40, 50 externen Mitarbeitern und dir fallen jeden Monat fünf Leute weg und du kriegst aber bloß noch zwei, drei Meter zu. Also dann ist irgendwann die Luft weg. Also daher, was ist denn dann bitte teuer und was ist eine notwendige Investition? Und von den volkswirtschaftlichen Themen wollen wir gar nicht sprechen. Also das ist für mich das einzig Wahre. Und auch die Themen, die auf uns zukommen, Zuwanderung muss sein und, 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 und. Ausgebildet, da muss der Personal Dienstleister. Das müssen wir so gar nicht, aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man darüber nachdenken würde, wie sichere ich mein eigenes Geschäft in der Zukunft mit ab. Und das kann, und da kann Ausbildung, Qualifizierung sich jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit, wo die Tür sperrange, weil offen steht, da muss man sich zum Umdenken zwingen. Das kann man sich überlegen. Und dann ist tatsächlich die Frage der Zukunftsfähigkeit. Auch anorganisches Wachstum, wenn man in größeren Betrieben mitdenkt, du kannst ja, der eine Personaldienstleister, der einen anderen kauft, was kauft denn der? Also das sind ja flüchtige Assets. Also fände ich für Große und für Kleine sehr interessant zu sagen, man platziert sich und was dann vielleicht auch wieder in einer entspannteren Zeit, lobbyistisch da für Material mit drin ist, was da für eine Macht drin ist, zu sagen, die Personaldienstleistung, die früher immer, man kann es ja gar nicht mehr hören, weder du noch ich haben das wahrscheinlich aktiv miterlebt, das könntest du jetzt mit einem Strich eigentlich erledigen, indem man sagt, wir wiederholen eigentlich das Flüchtlingseinwanderungsthema, aber jetzt nochmal ein bisschen besser, indem wir Personen auch noch selber qualifizieren. Dann wäre das eine super, super, super Sache für das Image von uns, weil dann sind wir tatsächlich irgendwann systemrelevant. Ich wäre eh dafür, dass es im Prinzip eine Versicherung geben müsste für jeden Betrieb ab einer gewissen Größe, zu sagen, du musst einen gewissen Anteil von Personaldienstleistungen im Haus mit haben. Das fände ich für absolut gerechtfertigt und für okay. Oder auch das Thema Höchstüberlassungsdauer, dass man irgendwann sagt, wenn ein Betrieb entsprechend qualifiziert, dann dürfte die Höchstüberlassungsdauer auch überschritten werden, weil der Mensch vielleicht gerade in Ausbildung ist. Das wären super Sachen, wenn man sich da ein bisschen drüber Gedanken macht und noch schlauerere Menschen, als jetzt nur du und ich, wo es mit Sicherheit viele mit gibt, auch noch mithören würden, in diese Richtung, anstatt wie die Hasen sich klein zu machen, und sagen, qualifizieren ist so teuer. Der Holzfäller, der vor lauter Baumfällen nicht zum Schärfen der Axt kommt. Das ist das, was ich da momentan manchmal so sehe. Aber es wird ja auch besser. Durch den Qualifizierungsverbund zum Beispiel, den wir mit haben, wo auch jeder mitmachen kann, der möchte, lockert sich das schon auf. Also es werden immer mehr Gespräche in Richtung führt, wie kann ich mitmachen? Als Fui Deibel, davon will ich nichts hören. Ja, ist ja auch klar. Wir haben natürlich auch alle das Problem, sie kriegen keine Mitarbeiter und warum dann nicht selbst qualifizieren? Das macht ja schon Sinn. Das ist ja auch zwangsläufig, wenn das so die erste Idee, die auch sinnvoll ist. Und es passt und es bringt was. Wir haben auch alles. Also es ist eigentlich alles da. Also wenn du dir überlegst, du bist jetzt ein Unternehmen wie wir, ein Personaldienstleister, und sagst, wie geht es eigentlich? Ich brauche erst einmal jemanden, der qualifizieren kann, sofern ich selber nicht machen möchte. Wobei auch unterstreichen möchte, dass viele auch den PDK mit ausbilden. Also nicht so, dass die Zeitarbeit nichts ausbildet. Das ist ja auch Nonsens. Aber sag mal, für den Kundenmarkt, ich brauche jemanden, der diese Kompetenz vermitteln kann. Oh, welch Wunder, da gibt es ja schon seit Jahrzehnten, gibt es da Bildungsträger und qualifizierte Unternehmen, die sowas mitmachen. Aha, wie spreche ich die jetzt an? Wie lange dauert das? Und, und, und. Wird es gefördert? Ja, nein. Also es ist ja grundsätzlich einmal alles da. Aber du musst halt einmal raus und sagen, ich muss halt auch wirklich jetzt einmal nicht bloß Akquise beim Kunden machen und Rekrutierung, sondern ich muss halt auch mal Partner suchen, Zulieferer mit suchen, Dienstleister suchen und mit denen vernetzt sein. Und also eines ist momentan auch Fakt. Alle Bildungsträger, mit denen wir sprechen, die haben Plätze frei. Die haben einen Mangel an Teilnehmern. Man möchte es nicht glauben. Also ganz Deutschland streit Fachkräfte her und etablierte Bildungsträger haben Probleme, ihre Kurse voll zu bekommen. Hat jetzt auch noch Auswirkungen aufgrund von Corona und, und, und. Aber die sind wirklich froh und sehr kooperationsbereit, wenn wir als Personaldienstleister auf diese Betriebe zugehen und sagen, du, wir haben da Leute, die würden wir qualifiziert haben wollen. Wir haben Arbeit für die, wir stellen die ein. Da, da remt man offene Türen mit ein. Sind die Töpfe denn nicht leer? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Töpfe leer sind, dass gar kein Geld dafür zur Verfügung steht und dass man gar nicht an die Töpfe drankommt. Oder nur Arbeitslose werden nur qualifiziert. Ist ja auch, glaube ich, so ein Vorurteil, was kursiert. Das ist ja auch ein weiterer Punkt. Du kannst ja nicht bloß Personal qualifizieren, was du rekrutierst und neu anstellst oder einstellen möchtest, sondern du kannst ja auch genauso gut eigene Belegschaft, die schon mal dir beschäftigt ist, auch qualifizieren. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Du kannst, sprich, jemanden, der im Produktionsbereich mehrere Jahre Erfahrung hat, nimm es mal in irgendeinem echatronischen Betrieb von mir aus, den kannst du aufwerten, wenn du das möchtest und dafür begeistern kannst. Geht relativ einfach, weil du kriegst dann auch mehr Geld und ist alles wunderbar. Karriereentwicklung, toll. Die kannst du genauso mit ins Boot mitnehmen. Da sind momentan, also das ist eine relativ große Investitionsfreudigkeit auch von Seiten der Agenturen oder auch von Kammern und Stiftungen, die damit unterstützen, mit da. Und das ist ja, es ist alles da. Aber viele haben halt letztendlich ein Problem, da anzutreten, anzufangen, Fragen zu stellen, das zu nutzen. Und das ist bedauerlich. Ist auch ein bisschen Unwissenheit, Richard. Ich habe uns auch, als wir, haben wir uns jetzt vor gut einem Monat, haben wir uns das erste Mal kennengelernt und mir war nicht bewusst, dass es Dienstleister gibt wie dich, wie euch, die einen da unterstützen können. Und ich war mit meinem Thema Qualifizierung alleine, hätte vielleicht das Arbeitsamt noch gefragt oder hätte mich an einen regionalen Bildungsträger gewandt. Aber da muss ich ja auch gucken, der bildet eine gewisse Qualifikation aus. Vielleicht brauche ich die gar nicht. Ja. Und vielleicht gibt es das gar nicht und muss dann auch noch gucken. Und wer unterstützt mich? Wo kriege ich die Leute her? Und das sind halt so viele Dinge, wo ich neben meiner normalen Tätigkeit, die ich so mache, ich kriege die an Kundenanfragen, ich muss Personal stellen. Ich finde kein Personal. Ich rekrutiere wie wild. Dann noch das Thema Qualifizierung. Da habe ich keine Zeit. Das ist zu kompliziert. Ja. All diese Dinge, die halt kommen. Und wenn ich euch da schon vorher gekannt hätte, hätte ich gesagt, einen Anruf, Richard, ich brauche eure Unterstützung. Wie sieht das aus? Was können wir machen? Was hast du für eine Idee? Wie habt ihr das umgesetzt? Wie kann ich das in meinem Betrieb umsetzen? Ja. Das war mir nicht bewusst. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass du jetzt hier im Podcast auch stattfindest, dass die anderen auch erfahren, was kann man da machen? Ruft den Richard an, nehmt Kontakt mit Add-on-Personal auf und qualifiziert eure Mitarbeiter. Warum nicht? Das ist doch super. Also sehe ich genauso. Ich bin der größte Fan davon. Und wir teilen das Wissen auch gerne. Und wir haben ja auch entsprechende Initiativen mittlerweile gegründet, die auch kostenfrei mit sind. Weil das Thema Qualifizierung an sich, das hört sich cool an, wenn wir es vielleicht mitmachen. Da haben wir auch Spaß dran. Aber wir werden nicht im Prinzip den ganzen Fachkräftebereich qualifizieren können. Da sind wir in der Lage dazu. Können auch nicht alle Berufe abbilden. Je mehr das mitmachen, ne, je mehr Power damit stattfindet, desto einfacher geht es. Und wir haben jetzt wirklich viele Möglichkeiten geschaffen, dass jemand immer bei null anfangen muss. Und noch einmal, das ist, wir kooperieren jetzt mit Personal das Unternehmen gemeint. Das war ja undenkbar. Was? Zwei, drei, vier verschiedene sprechen da miteinander außerhalb eines OSMs. Und die arbeiten was miteinander und supporten sich da gegenseitig. Das ist ja, uhuhu, das ist doch bestimmt, da steckt doch was dahinter. Ne, also wir haben jetzt wirklich Unternehmen dabei, die sind sehr groß. Da sind Aktiengesellschaften mit dabei. Wir haben aber auch ganz kleine oder mittelständische und große Mittelstände, so wie wir. Und da versuchen wir gemeinsam, jetzt gerade halt noch hier in Nürnberg, das wird sich aber erweitern, gemeinsam die Sache zu lindern. Also je mehr Gedanken zusammenkommen, desto mehr kann man auch mitmachen. Und das ist, das macht Spaß, macht Freude. Und da hast du wirklich das Gefühl, wenn du jetzt morgen am Freitag wieder ans Wochenende gehst und am Montag dann sagst, okay, kriegen wir Bewerbungen, ist da was mit dem Haus und, und, und. Dann können wir auf jeden Fall sagen, wir haben momentan ungefähr 60 Personen hier im Haus, die alle nach und nach, hoffe ich, einmal fertig werden, der eine oder andere vielleicht am zweiten Mal, die einen Abschluss mithaben. Davon sind halt einfach ein gewisser Teil, die bei uns bleiben werden oder schon eingestellt sind und auch ein Teil bei Kollegen betrieben. Und das ist, das ist schon eine Macht. Das ist richtig toll, dass du sagen kannst, wir, wir wissen auf jeden Fall, dass man hier das Potenzial von 60 Leuten haben, die jetzt sukzessive in den Markt mitgehen. Also so viel wie ich bei einer Zeitungsanzeige, gibt es ja auch noch Zeitung, liest es noch jemand, wird auch schon etwas fossiler, mit irgendwie Online-Märkten, da kriegst du es wahrscheinlich nicht mit her. Und das sind echte Menschen, das sind keine Leads, das sind keine Klicks. Oh, so und so Personen haben deine Stellenanzeige gesehen? Nee, die sind da. Und das, glaube ich, ist schon ein kleiner Hebel, den wir damit drücken können, dass wir auf jeden Fall und Kollegenbetriebe, die es auch so mitsehen, was bewegen können. Und man hat das mit neuen Leuten. Ja, du hast halt den Kandidaten, du sprichst die anders an. Ja, wenn das Thema Qualifizierung da kommt, ist eine ganz andere Tür. Definitiv so, so sehe ich das auch. Und das ist auf jeden Fall die Zukunft, weil den Fachkräftemangel und den generellen Kräftemangel, wir haben ja nicht nur Fachkräfte, sondern den Kräftemangel, also wir haben ja schon einfachste Qualifikationen, zwei Arme, zwei Beine, so Helfertätigkeiten, da hört es ja schon auf. Da kriegen wir schon nicht genügend rekrutiert und haben Aufträge, die wir nicht besetzen können. Aber so, ja. Zieht sich komplett mit durch. Genauso wie du sagst, es zieht sich komplett mit durch. Und eigentlich ist jede Person, die bei uns im Haus, wir haben jetzt nicht ganz so viele im Bereich der Hilfs- und Produktionstätigkeiten, haben aber auch, aber wir spechten momentan hinter jeden Einzelnen, gucken uns Platteschäden, Lebenslauf nochmal an und gehen auf die Person hinzu und sagen, du pass mal auf, hast du nicht vielleicht Lust, entsprechend auch noch was dazu drauf zu satteln, dass die Möglichkeiten hier, also die Möglichkeit haben wir jetzt und das werden wir auch tun, weil es geht auch schon darum, dass wir sagen, die Abwanderung der eigenen Belegschaft zu vermeiden. Also der Hauptfluktuationsgrund ist bei uns die Übernahme, das ist noch akzeptabel, das ist okay, das ist halt so in unserem Business, cool. Aber das andere ist, dass du auch sagst, du hast vielleicht auch wirklich irgendwann mal Personen, deren Arbeitsplätze immer mehr wegfallen. Wir hatten jetzt hier in Nürnberg ewige Jahre ein Problem, zum Beispiel Schweißfachkräfte herzubekommen. Und da gab es wirklich einen Umbruch hier in der Industrie, dass immer weniger Schweißarbeiten durchgeführt worden sind, die sind ins Ausland verlagert worden. Und jetzt hast du hier aber Leute, die können das noch, aber die kannst du gar nicht mehr brauchen. Und das ist eine Perversion. Und dann jemanden mit so einer Kompetenz, auch mit so einem Gehaltsvorstellungen irgendwo anders hin zu disponieren, der wird nicht glücklich, der kann das Geld nicht dafür bezahlen und bekommen. Also logische Sache, was kann der jetzt noch lernen, die nächsten 15 Jahre? Da ist Potenzial auf einmal da, wenn man so drüber spricht. Da kannst du hinter jede Person, die du im Betrieb mit hast, gucken. Und wenn das einer kann, sind es eigentlich wie Personaldienstleister, weil wir haben ja ganz viele verschiedene Jobs. Nicht bloß 8, 9, 10, 12, wie vielleicht ein Unternehmen, das selber fertigt, sondern wir haben ja alle Facetten. Du kannst zielgerichtet darauf ausbilden und hast da letztendlich ein Pflaster auf eine Fachkräftewunde im Arbeitsmarkt geklebt. Das ist echt eine super Möglichkeit, weil jeder hat irgendwelche Qualifikationen, die am Markt verfügbar sind, aber hat vielleicht nicht den passenden Auftrag dafür. Aber diese Kandidaten sind vielleicht offen für eine Qualifizierung und in dem Bereich hat man dann wieder was zu tun. Und ja, es ist schon eine klare Aufwertung unserer Dienstleistung. Wie ich auch finde, Beratung gehört auch zu unserer Dienstleistung. Wir müssen auch so ein bisschen mal unsere Kunden beraten und denen auch sagen, hör mal zu, das sind die Möglichkeiten. Die Mitarbeiter, die du brauchst, die finde ich jetzt am Markt nicht. Die wird es auch nicht. Die können wir nicht zaubern. Die können wir nicht hexen, sondern da müssen wir uns was strategisch überlegen, wie wir die hier hinbekommen und was wir da machen. Qualifizieren wir die? Ja, hol auch den Kunden mit ins Boot. Lass ihn an den Kosten auch teilhaben. Frag doch einfach mal. Nicht gekauft hat er schon. Also man muss ja einfach mal fragen und dann hören, ob der eine oder Kunde das auch mitmacht. Und dann kann man sich das Ganze auch teilen. Also kann ich, kann ich dir bestätigen. Also ist tatsächlich so, man kommt sich, als wir angefangen haben, Kunden zu fragen, was wir denn eigentlich davon halten. Und das war, das war der Hammer. Also tatsächlich, Teilhabe, was kostet es? Wir beteiligen uns ganz so freiwillig nicht. Aber du musst schon sagen, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Das ist aber auch tatsächlich umsetzbar im Markt. Die Kunden, die kennen die Situation selber und sagen, wir brauchen Linderung, wir müssen produzieren. Wir möchten Personal mit haben. Also können wir uns auch da, also backe, backe gucken. Die Eier legende Wollmilchsau, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und da musst du kooperieren. Aber auch das sind dann auf einmal Gespräche. Du lernst Leute beim Kunden kennen. Den Kunden kennst du 10, 15 Jahre lang und denkst, du kennst ihn eigentlich. Du lernst auf einmal ganz neue Flächen in dem Betrieb des Kunden kennen, ganz neue Personen, mit denen du auf einmal solche Themen besprichst. Das ist cool. Ja, Richard, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, okay, ich brauche da noch mal ein paar Impulse. Lass mich von deinen Erfahrungen lernen. Lass uns zusammen was aufbauen. Du, ich habe noch ein, zwei andere Unternehmer, die in meiner Ecke auch da Lust drauf haben. Wer hat sich da vielleicht schon gemeldet, dass man da richtig was aufbauen kann und ja, mit Kraft an den Markt treten kann? Wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Also wir haben das Internet für uns entdeckt. Wir haben eine Homepage www.lern.de. Wir sind auf allen sozialen Kanälen. Da sieht man auch relativ viele Projekte, die wir auch mit Kollegen betrieben, schon gewuppt haben. Man sieht ein bisschen, was das, was ich jetzt erzähle, tatsächlich auch eine Basis hat und Bestand mit hat. Guckt euch damit um. Ich glaube, Instagram und LinkedIn und so weiter. Wir haben ein eigenes Team, was auch für Kooperationen mit zuständig ist. Und am allerbesten ist natürlich, wenn auch noch andere, die uns ein bisschen kennen, wenn man die anspricht. Wir sind im Verband oder bei den Verbänden mittlerweile auch bekannter. Guckt euch einfach im Internet mit um. Und wenn er sagt, okay, gefällt mir, finde ich in Ordnung. Einfach melden. Wir beißen nicht. Wir kosten euch im Prinzip nichts außer eure Zeit. Und das Hauptanliegen für uns ist, dass wir sagen, qualifizieren, qualifizieren, qualifizieren. Weil je mehr Fachkräfte das mal haben, desto mehr kann die Personalienstleistung auch überlassen. Und das fände ich schon für ganz spannend. Klingt logisch, Richard. So, dann sind wir am Ende des Podcasts. Meinem Gast gehört immer das letzte Wort. Richard, das würde ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne geben. Abonniert den Kanal, bevor ich gleich raus bin. Teilt die Folge. Ja, meldet euch beim Richard. Aber Richard, deine Bühne, das letzte Wort gehört dir. Daniel, schön, dass es geklappt hat. Das ist auch die Tonqualität, dass wir es hinbekommen haben. Du hast mich in dem Fall jetzt qualifiziert, wie man das Mikrofon richtig einschaltet. Also, ich bin da landfähig. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich bei uns meldet und sich in irgendeiner Art und Weise für das Ziel begeistern konnte. Da wird sich bestimmt der eine oder andere melden, bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank. Und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis bald. Ciao. Ciao, Daniel. Servus. Ciao.